jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal ich bin es wieder euer jacin und ja leute der einen rat vielleicht gestern schon mitbekommen ich habe gestern wieder meine ersten live stream gemacht und ja ich will auf jeden fall jetzt wieder regelmäßig die live streams machen außer leute was ich voraussagen kann samstag und sonntags wird höchstwahrscheinlich kein live stream kommen war er weil ich halt mit einem kumpel was mache und ja aber leute jetzt kommen wir mal auf das ding was ich fragen wollte und zwar leute ich suche zwei maids für den cup der morgen ansteht der eine oder andere hat vielleicht gesehen es ist morgen cup und ein mail habe ich schon gefunden aber der soll auch noch mal reinschreiben ob er morgen kann weil der kapitel von morgen abend 18 bis 21 uhr und ja da wollte ich mal fragen leute wer zwei fa hat und wer mitmachen will kann es gerne in die kommis schreiben dann kann er nämlich morgen mitmachen weil dann wären wir auch schon zu dritt weil das ist ein trio cup und ja weil man kann sich ein skin frei spielen was aber richtig schwierig sein wird weil man muss unter die top 800 kommen aber vielleicht schaffen wir es ja werden wir ja sehen wie gesagt wenn ihr mitmachen wollt schreibt einfach hashtag ich in die kommis unter diesem video und ja dann suche ich mir einen aus nicht böse sein falls mehrere sind falls mehrere mitmachen wollen und ich euch da nicht dran nehmen wie gesagt ihr müsst natürlich was kleines 2 fa haben arena punkte sind egal und ja dann würde ich sagen leute wir sehen und nachher nach dem fordner update weil ich dann zu ihm unter mir sagen haut rein bis dahin und ciao